hallo meine freunde und herzlich willkommen zurück bei world warcraft ich bin hier in steinert in den sümpfen des elends warum bin ich hier ganz einfach wo muss ich denn raus hier drüben ja wir haben ja in der letzten episode von diesem komischen typen da der auf dem klo eingeschlossen war das geschäftsbuch aus tanares bekommen ja und darin steht besucht mal viel zeugs und bringt das nach der zahl die 20 kristall beine haben wir das überfällige päckchen fehlt und goldstahls ausbalanciert flamberg fehlt und beim letzteren das ist genau der grund weswegen wir jetzt gerade hier sind das gibt es also diesen ausbalancierten flamberg ist ein schwert sein hier von an der küste von einem mörder schon geguckt der hat den namen ich habe es wieder vergessen ich glaube charquoise so heißt das tierchen und den suchen wir mal und so wie wir den dann gefunden haben irgendwann reißen wir in die düster marschen und suchen dieses überfällige päckchen und dann geben wir das alles in gatsche zahn ab ich glaube wir haben noch irgendeine andere quest die uns nach gatsche zahn schickt das können wir dann auch gleich damit verbinden aber erst einmal diesen mörder finden wenn ich das richtig sehe marschelt ja hier am strand entlang das heißt ich muss nicht ins wasser das ist schon mal sehr gut noch sehe ich ihn nicht ich habe ihn im target da vorne ist der charquoise schießen wir mal direkt drauf mit einem püroschlag level 46 das sollte gar kein problem sein in zehn level höher dann kommt der angewatschelt und dann auch so ein großes schwert in der hand das nehmen wir ihm ab da haben wir es und das war es auch schon ja dann fladern wir mal oder teleportieren uns mal nach urkremar und fliegen von dort in die düstermarschen schon geschaut hier an der ecke da war diese absturz stelle das mehrere quests damals in der episode in die düstermarschen die wir da beendet hatten oder durchgeführt hatten genau da müssen wir wieder hin und dann mal fliegen bitte und zwar in den monastwinkel für die haare ja 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 da sind wir im monastwinkel dann reiten wir mal schnell darüber müssen so grob nordöstlich reiten ein bisschen höher noch und hier sind wir schon mal richtig was ein trösschermann ok irgendwo hier brennt ist ok überfälliges päckchen tja ich finde es nicht da ist es die beschädigte kiste genau sehr schön damit haben wir die quest abgeschlossen ich bin jetzt gerade am überlegen wie ich jetzt am besten nach gatschitzern komme ich glaube ich reite jetzt einfach zurück zum fliegermeister die alternative wäre jetzt dass ich mich nach urkrimat zurückteleportiere oder nach donnerfels aber ich glaube das dauert letztendlich länger wenn ich dann von dort aus fliege so hier ist der flugmeister auf geht es einmal nach gatschitzern so So, dann geben wir mal schnell die zwei Quests ab. Genau, das war das Geschäftsbuch und das andere war der Untermarkt. Ich weiß gerade, was das war. Dann gehen wir mal schauen. Ach, das ist ein Schneider-Quest, okay. Ich schaue, was ihr braucht. Kriegen wir mal mit dir. Kovic ist tot, was für ein glorreicher Tag, Bierkasten. Seit Jahren hat diese Halunke undurchsichtige Untermarktgeschäfte getätigt und zu ehrlichen hart arbeitenden Händlern in der ganzen Welt unter Boden und betrogen. Für diese Leistung verdient ihr eine feine Belohnung und ihr werdet eine feine Belohnung erhalten. Eine Schattenzwirnmaske. Das bringt mir gar nichts. Aber ich will nicht gerne mit. Gut, dann lerne ich das mal. Die Frage ist, ob ich das lernen möchte oder lieber im Auktionshaus verkaufen möchte. Denn da steht Auktionen 80 Gold und ich kann das dem eh nicht tragen. Also ich kann, aber ich will nicht, weil Schattenzauber wirke ich nicht. Ich glaube, das geht ins Auktionshaus. So, dann haben wir hier noch Kringel Goldstahl. Ich habe hier dein Zeugs gefunden. Und bekomme dafür... Ach ja, diesen Zauberstab, der mir nichts bringt. Schön, dass ich helfen konnte. Gut, dann kommen wir mal direkt wieder. Bleibt gut drauf. Sehr schön. Dann hätten wir das geschafft. Es geht auch in der nächsten Episode noch nicht nach Ashara, denn ich habe noch etwas gefunden zwischen den Episoden. Und zwar dieses mittlere Kartenfragment. Das gab es ja, die Kartenfragmente hier bei diesen Piraten. Ich hatte damals nur das obere und untere Fragment gefunden. Und jetzt habe ich auch das mittlere und ich kann die hier mal zusammenfügen. Und habe da jetzt eine Schatzkarte gefunden von dem Kuergu. Und ich starte mal die Quest. Diese Karte zeigt ein Stück Strand an einer Südküste. Unter der Karte stehen elegant geschriebene Worte. Südlich des Piers dürft ihr drauf hoffen, findet Flacke, Mast und Knochen. Grabt dort, wenn ihr tapfer sein wollt. Grabt und erbt Kuergus Gold. Einen Schlüssel werdet ihr brauchen. Einen Schlüssel werdet ihr sehen. Die Mannen dort wollen als Bezahlung euer Blut euch nehmen. Findet Kuergus Gold. Ja, okay. Nehmen wir mal an. Schickt uns hier runter. Das wird dann die Aufgabe für die nächste Episode. Die nächste Episode wird hier drüben beginnen. Ich werde direkt mal schauen, ob ich da den Togar finde. Und ja, entweder wir eskortieren ihn oder reiten dann direkt hier runter. Das kommt dann drauf an, ob die Schildkröle da ist oder nicht. Aber wie gesagt, das erst in der nächsten Episode. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Däumchen da. Und wenn ihr mehr von Würde Fahrkraft in Zukunft sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Bis dahin, gehabt euch wohl. Bis dahin, gehabt euch wohl.